so wir werden heute mal wieder panzerdoktrin spielen wir haben wir bis jetzt nur das tutorial angespielt noch weder ein szenario noch kampagne wir werden jetzt erstmal dass wir wieder ein bisschen ins spiel reinkommen ein szenario spielen so ihr seht ihr das szenario haben viele ihr seht ihr anhand hier von der kartengröße groß klein ich denke wir werden eins von den kleinen karten spielen ich denke kommen wir spielen einfach mal kaunas wir sind die angreifer schwierigkeitsgrad ist normal aber wie gesagt wir wollen erst mal hier wieder ins spiel reinkommen eine kleine karte 21 tage läuft dieses gefecht hier ich würde sagen wir werden auch hier nichts umstellen wir werden alles gleich lassen also dann haben keine fraktion hier sein vor und nachteil das glaube ich das beste also hat erstmal auswählen schauen wir uns mal an ob wir ein briefing haben ja jetzt war da mal die musik finde ich recht laut okay jetzt muss besser sein so 22 6 1941 also wir sind angreifer wir müssen mit unseren einheiten die russische verteidigung durchbrechen gegenangriffe durchführen und kaunas einnehmen okay dann soll mir truppen ein kesseln und nach osten vorrücken werden wir machen das wetter ist warm und sonnig perfekt auf jeden fall für unsere flieger so das können wir mal weg machen wir haben jetzt hier unsere einheiten ihr seht ja wir haben immer den kommandant hier dabei es ist bei jeder einheit ja und ihr seht er auch kommandant hat er auch vor und nachteile zum beispiel auf hügel hier minus eins panzer kampf plus zwei infanterie kampf flussüberquerung plus eins artillerie angriff plus eins hier geschwindigkeit minus eins aber wir können die sogar durch wen es ist natürlich die frage gehen wir mal hier noch mal auf 1 karl strecker paul bader jetzt schauen wir mal ob das unsere verfügbaren kommandanten die wir haben und da können wir durchtauschen jetzt wenn wir mal auf change gehen ach so da müssen wir einen auswählen okay also wir können ganz normal hier durchtauschen könnt ihr eure ganzen kommandanten anpassen wie ihr denn möchtet das wird aber glaube ich für uns interessant in der kampagne so wir haben zweimal stucker zweimal jäger einmal bomber wollen wir alle auffüllen jetzt ist natürlich die frage was kostet es wo sehen wir diese kosten das machen wir jetzt mal so wir haben auf jeden fall schon mal zwei gruppen auffüllen können wir nichts als ich denke die sind schon alle jetzt anhand was jeder gedrückt haben aufgefüllt weil ich sehe da geht nichts mehr change typ okay da können wir noch ändern wenn man jetzt erstmal auch nichts machen wenn wir jetzt mal hier reinschauen wir haben infanterie divisionen jede menge wenn wir jetzt hier mal dazu schauen wir haben hier artillerie dabei 104 stück artillerie was haben wir denn noch dabei unterstützungs bataillon flack und paks haben wir hier maschinengewehr panzerjäger bataillon ok dann haben wir hier motorisierte division panzer panzer also ich denke motorisiert panzer 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 wir haben vier panzer divisionen ich denke dass bomber nicht schlecht werden noch zwar dann mal wir haben hilfs units noch dabei infanterie regiment machine gun panzer abwehr könnten eigentlich die panzer abwehr hier hinzufügen jetzt seht ihr jetzt ist sie nämlich hier mit drin maschinengewehr panzer jäger bataillon das werden wir auch hier infanterie dazu geben es eine infanterie regiment lassen wir jetzt mal also hier können wir wirklich noch separat jedes jedes einzelne vorzeug noch hinzufügen genauso wie er die extra waffen hier für die infanterie jetzt wenn wir uns mal unsere einheiten anschauen die wir kaufen können ich denke trotzdem da wir nur eine bombe einheit haben dass wir uns noch bomber kaufen würde ich eigentlich sagen 3000 punkte ihr seht 6000 haben wir dann werden wir das dazukaufen jetzt haben wir hier zweimal bomber ähm ok das seht ihr selber wir haben hier divisionen hier haben wir die luftkräfte regimender bataillonen jetzt seht ihr wenn wir jetzt mal jetzt können wir das gar nicht mal anwählen ähm wenn wir jetzt mal nur hier drauf gehen hier haben wir ein infanterie regiment kostet 800 punkte wenn wir hier hochgehen da haben wir eine infanterie division zweimal infanterie regiment dann haben wir einmal artillerie regiment dabei und einmal ein anti tank bataillon also packs ähm kostet 3000 ist ja klar hier haben wir eine ganze division also nämlich gar nicht wissen was diese panzer division hier kostet also hier könnt ihr euch wirklich noch mal entscheiden was ihr denn dazu nehmt wir könnten uns jetzt hier trotzdem mal noch panzer holen 3000 haben unsere punkte ausgegeben das werden wir jetzt auch machen ähm die fügen wir hier mal mit rein so ok unsere einheiten ist aufgestellt wir haben jetzt unsere hilseinheiten hinzugefügt haben noch einheiten gekauft da werden wir nichts verändern wie gesagt unsere kommandeure lassen wir so punkte haben wir eh keine mehr dass wir jetzt irgendwas ausgeben können da würde ich sagen wir gehen jetzt mal hier in die schlacht rein yes wir sind fertig so äh ok wir sollen alle einheiten platzieren platzieren können wir nur dort wo diese schwarze umrandung ist für alle die die erste folge von mir noch nicht gesehen haben vom tutorial also wo wir hier die schwarze umrandung haben sind unsere startfelder und alles was hier gelb eingekesselt ist das sind unsere siegfelder die wir einnehmen müssen ich glaube wir hatten doch damals irgendwo irgendwo oder sehen wir das jetzt noch gar nicht kann aber sein dass wir das erst sehen wenn wir hier im gefecht drin sind da können wir nämlich drauf drücken und dann sehen wir genau was wir einnehmen müssen aber die wie gesagt es ist ja einfach das sind nur diese gelben umrandungen so jetzt müssen wir mal aufpassen ich glaube wir fangen mit der motorisierten division an 11.640 mann haben wir hier drin die werden wir hier aufstellen eine motorisierte division hier und eine würde ich sagen hier drüben dann bringen wir nochmal infanterie hier mit rein genau das müsste reichen dann infanterie zweimal hier machen wir zwei zwei eine machen wir hier außen haben wir unsere panzer so hier vorne können wir auch aufstellen panzer 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 so wie sind wir jetzt hier abgedeckt hier drüben könnte eigentlich noch ein panzer dazu so infanterie motorisierte panzer das problem ist natürlich dass wir hier jetzt offen sind jetzt suchen wir mal eine heraus stellen die lieber hier hin jetzt haben wir eigentlich überall dicht bis auf unseren flughafen da hauen wir eh unsere ganzen flugzeuge rein so machen wir schnell eine kurze übersicht also wir haben 1 2 3 4 5 6 7 siegfelder ok platziert ist alles dann gehen wir hier auf start ok so genau hier haben wir das 20 prozent halten wir gleich mal ganz kurz schauen weil hier eins ist so irgendwo haben wir doch ah ja da haben wir es unsere objekte hier unsere siegbedingungen sagen wir jetzt mal so also es dauert 21 tage den flughafen halten wir und wo halten wir noch was ach hier nehme da hinten also ihr seht wir haben 20 prozent um dieses szenario zu gewinnen müssen wir noch 60 prozent erobern also ich denke mal dann bekommen wir pro gehaltenes objekt 10 punkte also wir bräuchten auf jeden fall noch 6 positionen die wir hier einnehmen müssen ok wir können jetzt auf jeden fall im pause modus gehe ich jetzt mal davon aus unsere befehle erteilen so ihr seht jetzt hier 7200 mann 5920 moral ist bei 81 prozent artillery 32 wir probieren das jetzt mal im pause modus ja das funktioniert also wir können im pause modus unsere befehle erteilen wenn wir dann auf play drücken führen die ihre befehle nämlich aus dann werden wir hier vorrücken hier sind schon ein bisschen wenig männer dann nehmen wir auch gleich beide dazu hier müssen wir aufpassen hier sind panzer hier greift die infanterie hier an da rücken beide infanterie divisionen ne moment mal den lassen wir hier angreifen von hier rücken wir eine nach so etzer ist ja so wenn etzer zwei einheiten hier stehen ihr habt ja eine ausgewählt dass die rüber geht damit ihr das leicht auseinander halten könnt der pfeil ist die infanterie einheit der ihr dem marschbefehler gegeben gegeben habt und die mit dem kreis ist die die was nämlich hier noch in dieser stadt steht so die ziehen wir hier hin dann haben wir hier abgesichert wir müssen auf jeden fall die einer zerstören dass die uns hier unseren flugplatz nicht einnimmt ne du gehst da hin du gehst da hin 5000 mann oder fast 6000 dann gehst du da die panzer sollen gleich durchrücken wenn sie hier vorbeikommen wenn jetzt hier das gefäch also die gehen nicht vorbei die kämpfen hier und dann rücken sie nämlich weiter so zwar dann mal wir haben jetzt hier 11.000 mann 8000 die zimmer hier ziehen wir gleich beide weiter so der hat seinen befehl ok zwecks unseren bombern könnten wir den befehl jetzt muss ich selber mal schauen wie das nochmal funktioniert hier mit dem bombern das können wir nochmal hinzufügen die panzer division ist unser ziel 28 grad ok so viel werden wir nicht brauchen wir nehmen jetzt einmal nur bomber und einmal ähm jäger und da könnten wir ja eigentlich diesen flugplatz hier bombardieren so dann haben wir unsere bomber ziele ausgewählt und jetzt würde ich sagen wir drücken jetzt einfach mal auf start und schauen uns mal die ersten kämpfe hier an ihr seht das mit unserem panzer geht sehr sehr schnell das ist klar für eine detaillierte kampfübersicht klickt einfach hier auf dieses kampf symbol und dann seht ihr das nämlich alles noch oh ihr seht der gegner wie viel mann er hier verliert bei uns geht's so gegner zieht sich hier überall zurück ah leck der panzer rückt weiter so jetzt lass ich mal ganz kurz schauen wie es hier ausschaut ja ihr seht der gegner hat eh nicht so viele einheiten hier drüben ok das ist natürlich ärgerlich das nervt ein bisschen hier dass hier jetzt mal dieser victory report hier erscheint sobald ihr eine provinz eingenommen oder besser gesagt auch die schlacht gewonnen habt erscheint das hier oben müsst ihr nicht wegdrücken ich drücke es jetzt einfach mal weg so jetzt machen wir mal pause also das mit unseren bombern war jetzt eigentlich sinnlos weil der panzer sich nämlich weggezogen hat 315 mann haben wir verloren er 493 5 geschütze verloren wir 1 ok tun wir hier die bombe mal drauf jetzt schauen wir mal ganz kurz weiter hier haben wir die panzer und eine infanterie infanterieanheit die den rückzug angetreten hat von hier wie viel panzer haben wir jetzt hier 100 wir wissen natürlich nicht was er jetzt hier stehen hat wir könnten hier sind zwei infanterie divisionen bei ihm jetzt sind die aber noch im kampf hier ja würde ich sagen wir werden ihn unterstützen rücken mit denen hier den flüchtern entnach da haben wir den panzer noch das war der meinte werden wir mal unseren bomberangriff hier aufgeben und greifen achso wir greifen mit den flugplatz an und ich würde sagen wir bombardieren jetzt erstmal beide flugplätze achso habe ich jetzt gemacht falsche taste das war der falsche also hier luft platz luft platz an bombardieren jetzt rücken wir den mit nach den rücken wir aber gleich hier durch jetzt natürlich die frage wenn wir zu ok hier könnten wir eigentlich noch glück haben wenn wir hier vorziehen dann ziehen wir hier hin den verfolgen wir er geht damit hier rüber das passt da könnten wir eigentlich die infanterieinheit und die panzer einheit angreifen dann müssten wir mit der infanterie hier absichern nicht dass der dann weiter hier vorrückt so du gehst hier hin ah und du rückst hier nach so wie viel man haben wir hier noch hier haben wir ein paar verloren aber nicht die welt weiter geht's oh die panzer kommen hier hin scheiße sind hier im gefecht aber wir haben glück so hier haben ein gegner besiegt die kommen hier zum helfen schauen wir hier der gegner haut hier ab der zieht sich zurück der auch schauen da können wir wir eigentlich gleich du gehst hier hin du gehst hier hin du gehst hier hin so dann die motorisierte division wird hier angreifen da kommt nachschub für den gegner so jetzt machen wir schnell ganz kurz pause der kommt hier hin eine einheit lassen wir jetzt erstmal zur absicherung hier noch stehen wir bräuchten dann noch eine einheit hier oben jetzt wenn wir trotzdem die einheit hier rüber ziehen dann könnten wir die einheit hier nachziehen dann müsste hier auf jeden fall die front wieder zu sein genau dann ist hier zu der kann nur hier und hier hin das problem ist hier sind drei infanterie division jetzt bei ihm stationiert jetzt wollen wir da haben wir um die neuneinhalb tausend man lassen wir mal hier vorziehen den panzer ziehen wir hier hin also ehre ah nee das können wir nicht bringen du bleibst hier stehen ok ja also das gibt sie hier das ist schon ärgerlich finde ich wir müssen jetzt wirklich dann jedes anklicken damit wir das schließen können da müsste ich mal schauen in den optionen ob man das ausschalten kann soll ich mal ganz kurz schauen hier kommt da vorne hat er ist klar dass mein mann hier zu langsam er muss er nur einfällt überqueren wir natürlich zwei bis wir da hinkommen also da haben unsere flieger angegriffen hier so ganz kurz mal reingucken ach schaut mal der zieht hier weiter ja versuchen jetzt geht der panzer dahin scheiße 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 jetzt war da mal motorisierte du ziehst bitte hier mit rein ok den haben wir besiegt der panzer die einheit haben ausgeschaltet perfekt dann kannst du eigentlich gleich hier weiter ziehen so du ziehst hier mit rein du ziehst mit beiden einheiten hier hin und jetzt können wir den auch mal nachziehen sieht schon der hat schon einen kleinen schaden erlitten hier so du ziehst hier nach flug platz gehört uns so dann division da ziehen wir aber eine einheit gleich mit oder ziehen wir die einheit auch noch da haben ne die ziehen wir hier rüber den panzer bräuchten eigentlich hier warte mal ja geh mal hier rüber und dann na so der sucht sich dann den kürzesten weg du gehst die motorisierte einheit hier und die infanterie du gehst mit so einem panzer der zieht hier rüber der sack okay das ist natürlich jetzt nicht so schlimm ihr seht wir haben jetzt 40 punkte wir haben ja wie gesagt diesen flug auf mir eingenommen du da du gehst richtung panzer schau mal ob er hier hin zieht nö du bist beim panzer mit panzer geht hier hin oh hier sind vier einheiten na der zieht hier rüber schaut euch das an ich ziehe euch hier zurück und er rückt nämlich gleich nach wie der sack so zweite mal infanterie division da haben wir unseren panzer panzer hier du bleibst hier stehen und du hilfst dir drüben mit jetzt zieht der panzer ah jetzt haben wir ihn noch erwischt der wollte nämlich uns hier diese provinzie schon wieder einnehmen so jetzt lass mal ganz kurz hier sehen hier kann keiner vorrücken dann können wir jetzt mal die stadt hier einnehmen die werden wir hier zusammenbringen bomber ihr greift hier in der stadt an und ihr greift hier in der stadt an so mit dieser unterstützung wie können wir das ist blöd wie können wir diese unterstützungseinheit ok die haben also immer jäger dabei ich kann euch das jetzt eigentlich überhaupt nicht sagen wie wir jetzt unsere stu kassier mit dahin schicken können naja ok also ihr seht wir haben noch olek wir haben noch einen tag und 17 stunden zeit ich habe jetzt viel zu viel gebabbelt wir müssen warte mal 60 prozent also wir brauchen jetzt noch 20 prozent damit wir das hier abschließen ihr habt ja da habe ich jetzt überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht wir haben ja die zeit wir müssen jetzt so schnell wie möglich hier diese städte noch einnehmen da müssen wir uns aber jetzt beeilen also schnell hier durch genau und du versuchst hier rein zu kommen jetzt müssen wir uns beeilen nicht dass man das dann vielleicht nicht mehr schaffen jetzt haben wir aber hier komplett offen infanterie division eine zieht hier hin eine zieht dahin motorisiert die zieht weiter die eine infanterie lassen wir hier stehen der panzer versucht ja hier anzugreifen jetzt haben wir aber hier immer nur noch ein also hier haben wir mehrere so motorisierte geht dahin infanterie bleibt hier stehen mal bis hier vor glaube ich werden wir gar nicht mehr hinkommen so und das lassen wir auch hier stehen dann machen wir mal weiter bin ich mal gespannt ob wir jetzt die eine stadt hier noch einnehmen ihr seht doch 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 das läuft das läuft schon hin wir müssen nur den kampf noch gewinnen und dann ist es perfekt solange der gegner uns natürlich nichts weiter einnimmt hier geht es ein bisschen langsam müssten wir aber hinbekommen jetzt lasse ich mal ganz kurz hier schauen 80 prozent so wir haben die 80 prozent 20 hatten wir 60 noch 80 prozent haben wir eigentlich ich weiß nicht wieso jetzt hier nicht das sie kommt auch schaffen unsere panzer an da und die haben auch verlust so infanterie division zieht hier hin die zehn panzer division rückt hier zum flugplatz vor mal schauen nicht dass wir dann doch hier alle städte brauchen es wäre natürlich ärgerlich habe ich jetzt durch mein ganzes geräte und vergessen auf pause zu drücken dass wir das noch schaffen wir haben jetzt noch 20 stunden hier so also wie gesagt du rückst hier hin panzer versucht hier vorzukommen eine infanterie division haben wir hier nur mal ok 3 mal 5 stunden noch so finished jetzt bin ich gespannt wir müssten aber normalerweise gewonnen haben victory genau da haben wir es doch so fast 10.000 soldaten verloren aber es geht nur 16 panzer 11 flieger 80 geschütze so da ist unsere komplette aufstellung und jetzt schaut hier mal bei bei den russen rein die haben insgesamt 63.000 mann verloren 393 panzer 292 flieger und 920 geschütze also da müsst ihr ja so sagen wenn die wehrmacht früher genauso wäre dann hätten wir ja was weiß ich russland in paar monate komplett überrannt wenn ihr jetzt mal hier den vergleich anschaut ok ihr müsst euch so dazu sagen wir haben ja dann immer mal mit zwei divisionen hier eine angegriffen und so weiter wir waren eigentlich wirklich schon gut in der überzahl ihr müsst aber dazu sagen ihr habt ja gesehen diese map war auf easy wir mussten aber erstmal ein bisschen ins spiel reinkommen deswegen haben wir es gespielt also dann lasst euch jetzt mal hier nicht so beirren hier von den werten das war ja auf easy deswegen ok dann haben wir unser szenario heute mal durchgespielt ich denke dass wir in der nächsten folge die kampagne anspielen werden ihr seht ihr hier very hard 2000 startpunkte ich denke dass wir da auf medium spielen werden jo denke ich so das war's für heute wir sehen uns in der nächsten folge wieder vielen dank fürs zuschauen macht es gut tschüss